Mann, Mann, Mann! Daran wollte ich. Gibt's denn nur noch den auf dem Wohnwagen, den wir gesehen haben? Und hier oben den den? Ja, ihr wisst ja, ob der einen vielleicht dazu gesetzt haben. Durch die Mission. Ja, das kann auch sein. Oder waren wir... oder wir waren noch gar nicht dort. Warte mal kurz, hier raus. Warte? Nein? Ja, wird okay. Guck mal raus, dann ist es okay. Weil hier ist einer hinter der Hagelrand. Sorry. Warte mal kurz, hier raus. Ja, das kann mir dauern. Hast du auch dein Stinkpistels? Hm. Stinkwaffen Stufe 10 habe ich. Klick schon. Danke. Echt? Ja. Bleib mal stehen. Ne, ich brauche keine. Naja, zu spät. Spät und danke. Okay. Wir sollten die Leute vorher fragen, ob die diese Anderson sind. Hier ist was für dich. Der hat aber gesagt, der wills es nie. So, jetzt gucken, wo sind wir. Also da lang. Gut. Warte, nochmal Karte. Jaja, so ist es halt. So, nie anders. Rechts weiter oben lang. Du 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 du. Du du du. Du du du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Das ist es. Du du du. Im dritten Meter. Mach rein. Lass mich nur holen. Lass mich nur holen. Hier diese Hängebrücke noch. Sind wir die überhaupt schon mal hoch oder runter gegangen? Da hab ich raus gezogen. Funko ist raus. Nein und tot. Machen die aber immer viel Schaden. Und jetzt drück ich wieder rein. Ich geh dran, ey. Ich wurde geheilt. Sauerei. Aber ich bin jetzt auch gegen Waffel 10. Oh, das ist schon mal gleich tot. Gibt's doch gar nie. Glückwunsch. Ähm. Habt ihr mir zugehört? Ja. Ja, ja. Dort hinten. Ja. Was denn? Dort hinten. Wo ich jetzt hin gucke. Da gab's doch auf der rechten Seite eine Dings. Eine Hängebrücke noch. Ja. Waren die schon mal hoch bzw. runter gelaufen? Boah. Ja. Kämpf erstmal gegen deinen Zombie hier. Ja, wenn die mal treffen. Okay, raus hier. Ich würde bloß mal hier gucken, vielleicht könnte es ja hier gewesen sein, irgendwie. Da ist hier jemand. Da ist zumindest ein Ausrufezeichen, ja, ja. Wer bist denn du? Einen. Der Militär hat ein paar mehr von ihnen in der Jungen. Ich habe einen Methoden gefunden, um sie zu holen. Wenn du sie schaust und mir das Essen bringst, kannst du alles anders nehmen. Was sagst du? Klar. Was will sie denn? Nehmen sie wirklich. Ja, ne. Aber Anna ist da gefragt, was kriegen wir? Aufstieg. Glückwunsch. Siehst du, sowas kriegen wir. Und Draht, kriegen wir Feuer, Zeug. Aufzeichnung. Hier liegt was. Aufzeichnung. Ja, hier liegt was. Entschuldigung. Dann kriegst du gleich schnucken. Und eine Bergbahn. Ne. Und zwei Stück Seife. Huch. Kommen entgegen. Gut, also wird es hier auch nie sein. Geh mal weiter hoch, oder? Wenn wir hier... Wollen wir hier auch noch mal so aussieht? Ja, ja. Schauen wir mal. Warte. Das nächste ist, wenn man dann Dottel suchen. Also gegenüber. Okay, so. Krieg mal alles in den Griff. Da ist ein Helikopter. Können wir fliegen? Ja. Ich hole. Wir fliegen uns. Ich fliege. Och ne, Punko. Jetzt war Punko drin. Jetzt geht das Ding gar nicht mehr. Jetzt ist er abgestürzt. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Granate. Was? Bananenbrot? Nur Bananenbrot. Ist Munition. Hä? Sind wir langgegangen? Runtergehoppt. Wo runter? Wo runter? Ganz, 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 ganz oben. Ne? Siehst du die rote Fahne oben am Hügel? Dorthin? Warten wir kurz mal auf dich. Ja. Sollten wir tun. Wollen wir da jetzt laut Karte wieder rechts lang, damit wir dann zu unseren Booten kommen? Oder links hier durch diesen Höhlengang? Ich hab hier so'n Echo drin, irgendwie. Ich hab hier so'n Echo drin, irgendwie. Ist mir egal, müsst ihr entscheiden. Ah, hier durch die Höhle. Gut. Also hier, der Höhlengang hier weg. Granaten liegen hier. Ich hab schon eingesammelt meine. Jo. Hier ist wohl jemand, der Hilfe ruft. Alfred aber. Das ist doch falsch, lass ihn in Ruhe. Alfred, dem wollen wir nicht mehr helfen. Hier drin liegt doch was im Bauplan, glaub ich, wie ich gesehen hab. Im Wohnwagen. Ja. Und ne Illustration liegt hier drüben. Da steh ich nicht mehr da raus, ey. Das ist doch nicht wahr. Mach dich mal hier weg, Mensch. Was soll denn das hier? Ich will mit Alfred drehen. I thought that was it, you know. This is for you. Was, 46 Erfahrung hat er bloß gegeben? Ja gut, dafür haben wir ja... ... Illustrationen bekommen. Ja ja. Also gar nicht. Und ein Stück. Luft. Was? Luft? Nur Luft. Sollen wir hier rüber mal gucken? Oh ne, oder? Ich folge euch lieber mal. Ja gut. Ist noch ein Wohnwagen hier drüben. Na ja, gehen wir da drüber. Da wart ich's bis dahin. Ach so, Upgrade hab ich hier auch noch. Hier ist ein tollen Pfad drinnen. Ja, belichtigen. Und Feuerzeug, ein vieles... MUU oohh! Voli, Nadine, Entschl. Ich bin so dick! Du schaffst das! Komm runter! Hier geht's ducken-ducken! Was seid ihr denn für Bobbys? Da vorne ist die Sprunger! Ajo Los, gemeinsam kriegen wir! Halt doch wieder was für Punko! Wieso kriegt immer Punko die guten Waffen? Also gute Waffen mit 700, lächelig! Ey, schubs nicht so! Ja, du wirst aber wie es mir geht! Was soll ich wieder schubsen? Sag mal, was hat ein Punko für ein Geldzeichen gehabt gerade? Das sieht geil aus! Übrigens geil die Aussicht! Oh, das ist wohl wahr! Mach mal ein Screenshot und dann vorne mach mal ein Bild! Na, stelle ich hin! Warte kurz! Müssen wir kurz PP drücken, dass ich kurz die Kastenkürzel dafür einschalte! Ja! Kannst du was PP machen? Ja! Okay, gut! Alle? Gut, weiter geht's im Text! Wir machen jetzt die Quest mit den grünen Zeichen! Das ist hier von der hier Nachbarschaft! Die Quest! Den werden wir ewig jetzt nicht finden! Da suchen wir uns kaputt! Weil findet man den jetzt irgendwie ein paar Zufall! Und dann kommen wir zu dir! Nee, nicht zu mir! Zum Dirk, klar! Er wollte mir kuscheln! Ah du, da rennt einer unspänt vorbei oder direkt zum Dirk? Na klar, weil Dirk die Seife noch nie benutzt hat. Doch, ich hab sie benutzt, deswegen kommt er jetzt. Haus her! Ich will doch nie drinnen sein mit euch alleine. Was piept denn hier? Geil, ne Bombe. Bestimmt ne Bombe. Hier piept was. Ist doch bloß ne Bombe. Ich wär bloß weggegangen, wär zu euch gerannt. Es wird immer lauter hier. Boah, ist das echt ne Bombe? Das ist immer lauter, ja. Ach hier, das ist ein Warnsignal. Hast du was? Ja, wo ich gerade bin. Ja, sind doch hier diese Essensdinger. Aber ich kann das nicht aufmachen, weil ich wärs Lust gebrauchen. Nur Molokoktel in der Hand. Ja, falls wir das nicht aufkriegen. Schon wieder so ein Fretty. Ich will auch mal ein Teil haben. Danke. Bitte. Jetzt fahren wir mal ein Boot, oder? Bist doch drüber. Wie, ja. Oder 163 Meter, das würde noch gehen. Ich hab wieder so ein Rüsselpfand gehört. Er sitzt auf dem Baum dort, das ist ne neue Sorte. Warum seid ihr so schnell? Das geht doch gar nicht. Machst du auch mal die Sprint-Taste? Was? Die Sprint-Taste, musst du auch gedrückt halten. Ich springe immer. Geht nicht mit der Sprint-Taste. Ja, das ist, das wird nicht abgezogen. Aber das wohgt trotzdem. Ein bisschen schneller bist du. Keil. Der kann das ja. Der ist ja noch schneller. Das war ja okay. Feuerafänger. Das ist auch nicht so. Ach, ja, so ist es halt. Schon wieder? Ja, kriegt das ab und zu, weil wegen Eidensammeln. Ja, ja. Ja, bestimmt dann auch. Level up hier für Eidensammeln, ne? Glückwunsch. Nee, nee. Was ist denn los? Wen habt ihr denn hier mitgebracht? Weg! Das sind meine Brötchen. Aber hier oben ist doch so ein Baumhaus oder sowas. Vielleicht ist er hier oben rum versteckt oder so. Ja, dann müssen wir da hinten mal die Leiter hoch. Ja, hier warte mal. Hier geht's hoch. Haha, durchgecheatet. Was? Durchgecheatet. Du bist du? Ja, ich bin off. Ich auch klein. Auf dem regulären Weg. Nie durchgecheatet. Komm, verschwinde hier. Lass mich. Nein. Nein. Fuck. Ich häng hier fest. Sven, ich häng hier fest. Warte, ich hab ne Granate. Ich hol nicht raus. Ach, gibt's Hauptbonne Cocktails? Cool. Du hängst doch gar nicht fest. Nee, ich hing dort im Baum fest. Vielleicht. Vielleicht nur durch die Seile. Nein, ich hing im Baum fest. Also, in so einer... Hör auf zu werfen. Wollte ich nie. Ich hab die eingesammelt. Der hat meine Waffe weggelegt, deswegen. Außen sagt man nie, was ich machen soll. Hab ich aber. Hier ist ein Fleischmesser. Dann nimm's dir. Hat das Leben gekostet? Nö. Wenn ihr das Wasser hopsen... Hier ist ein Prospekt. Nummer 8. Zelt warst du da? Nein. Wartet mal kurz, Jungens. Ja. Wir müssten... Wir müssten mal... Geht das Auto noch? Guck mal. Ähm... Nee, aber hier vorne ist was. Warte mal, ich will mal gucken. Wir müssen da lang. Ist aber nicht Licht, was sich öffnen können. Wir müssen da hinten lang. Da lang, ne? Da hinten lang, ne? Welche Quetz haben wir jetzt? Da hat ja jeder was anderes. Nein, ich hab immer noch dieses Inselfjur. Hier piept's schon wieder. Hier komm ich nie durch. Weil dir piept's wohl, wa? Ja, wie immer. Piep, piep.